Hallo, Mann. Ich geh rein! Nö, dass ihr das klingelt. Haha, mein Fußball! Haha, haha. Was ist so? Lalalala! 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 Lalalalalala! Lalalalalala! Womit mal zu den Rechten! Lalalalalalalala! Entschuldigung! Entschuldigung! Ja, warte keinen Moment! Womit geht denn bei mir so schnell weg, das Name? Ja, das ist... Vielleicht löst deine Heute-Parte aus! Hm? Hm! Wir brauchen noch mal zu einer Party. Ja, wir hatten mal irgendwo eine kleine Veranstaltung da, Geburtstagspart oder so, und dann kam der Galle nach Hause, und dann 18.04. Ich hab da Musik gehört und dann wieder mal rübergegangen. Mhm. So nach dem Motto. Zwei Minuten.